Mama, ich will heute nicht zur Schule gehen, weil ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Wo fühlst du dich nicht wohl, mein Liebling? Na, in der Schule. Na, Edda, wie ist heute deine Mathearbeit gelaufen? Ja, Papa, weißt du, die ersten vier Fragen waren eigentlich völlig okay, aber der Rest ging voll daneben. Okay, wie lauteten die ersten vier Fragen? Also, Name, Vorname, Klasse und Datum. Oh, Edda, ich habe dir doch schon mal gesagt, du sollst mich über den ganzen Tisch fassen. Hast du denn keinen Mund? Ja, aber mit der Hand komme ich da besser hin. Edda, komm mal her. Edda, warum meint deine kleine Schwester so laut da draußen? Ja, weil ich ihr bei ihr etwas geholfen habe. Bei was hast du ihr denn geholfen? Ihre Limmu auszutrinken? Oh mein Gott. Na, Edda, heute gab es doch Zeugnisse. Wie ist denn deins ausgefallen? Weißt du, findest du nicht auch, dass wenn wir gesund und munter sind, dass es für uns das Wichtigste im Leben ist? Oh, oh. Sag mal, Edda, solltest du dir nicht beim Gänen die Hand vor den Mund halten? Wieso? Mein Gebiss fällt doch nicht raus. Oh, ich bin so witzig. Ich bin so witzig. Oh, ich bin so witzig. Das Witzig.